Guten Tag, hier ist Blender Tutorials 3D und ich stelle euch heute ein Spliffer, das ich programmiert habe. Genau, dieses Automodell das habe ich zwar nicht selber gemacht, aber ich habe nochmal neue Räder eingefügt weil mit den anderen hat das irgendwie nicht funktioniert und ja, ich wollte euch halt zeigen, was man jetzt genau mit meinem Sprung machen kann. Also, ich kann jetzt theoretisch also ich kann es auch, nicht nur theoretisch auf Kamera klicken dann gehe ich so, dann sehe ich hier die Kameraansicht und ja, dann könnte ich theoretisch das Spiel spielen ja, mache ich jetzt mal ich habe jetzt gemacht, dass man mit Space Gas macht und man mit dem Pfeiltasten lenkt und mit B fährt man rückwärts also, ja ich biete das Spiel auch zum Download an falls jemand jetzt, keine Ahnung, geplant hat irgendwie ein Rennspiel oder so zu programmieren dann könnte man das erstmal als kleine Vorlage verwenden ich werde das gleiche auch nochmal auf YouTube stellen mit also nicht mit diesen farbigen Böden, sondern mit einer echten Straße ja, die könnte man dann auch verwenden und ja, genau das war es eigentlich, was ich jetzt erstmal sagen wollte ähm mein nächstes Video wird erstmal ein kurzes Blender Tutorial sein ähm, für Anfänger also, da kann eigentlich jeder mitmachen und ich antworte auch gerne Auffragen in den Kommentaren irgendwie zum Beispiel wie man jetzt genau ein keine Ahnung, wie man jetzt ranzoomt oder was weiß ich falls jemand das nicht weiß ähm am Anfang habe ich zum Beispiel nicht verstanden wie man jetzt so rumschauen kann wie ich das jetzt gerade mache und ja gut ähm für weitere Fragen einfach in den Kommentaren dann fragen ich antworte gerne, weil ja ich bin nicht so ein Egoist wie andere ähm Let's Player oder YouTuber die überhaupt nicht antworten auf Fragen aber ich mache das gerne also ja das war es erstmal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal